Die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung baut seit über 30 Jahren in festgelegten Sanierungsgebieten städtebauliche und strukturelle Missstände ab. Als Sanierungsträger und Treuhänder der Landeshauptstadt München in enger Zusammenarbeit mit dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung. Und das mit großem Erfolg. Beim Deutschen Städtebaupreis 2010 wurde die MGS für die hervorragende Umsetzung eines urbanen Wohnquartiers in Heidhausen ausgezeichnet. 30 Jahre lang hat die MGS in Heidhausen moderne Wohnungen geschaffen. Genossenschaftlich, frei finanziert oder öffentlich gefördert. Nun ist der städtische Sanierungsträger mit einer Belobigung beim Deutschen Städtebaupreis 2010 ausgezeichnet worden. Prämiert wurde die hervorragende Umsetzung eines urbanen Wohnquartiers. Das Ganze ist eigentlich für mich auch so Lob für die Stadtsanierung, dass man dort ein Ensemble geschaffen hat. Und das wird auf kleinem Raum das verkörpert, was die Stadtsanierung Heidhausen für den Stadtteil gebracht hat. Nämlich ein lebendiges, vielfältiges, kulturelles Wohnviertel, wo Arbeiten aber genauso seinen Stellenwert hat. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Stadtsanierung Heidhausen ist die MGS nun auch mitten im Endspurt der Sanierung im Westend. Hier zwischen der Landsberger, Schrenk, Westend und Fäustlestraße entstehen eine Gewerbeeinheit und 18 geförderte Wohneinheiten. Davon zwei Wohngemeinschaften für Demenzkranke. Das heißt, es ist kein Pflegeheim, sondern es ist eine Wohngemeinschaft. Und das Prinzip dahinter ist so viel Selbstbestimmung wie möglich und so viel Pflege wie erforderlich. Dahinter wurde der gesamte Block bereits neu geordnet. Nach Abzug der Ladeinnung entstanden hier Wohnungen, Tiefgaragen, soziale Einrichtungen, Spielplätze und viel Grün. Durch die Tätigkeit der MGS ist sehr viel preiswerter Wohnraum geschaffen worden, der langfristig auch die Bevölkerungsstruktur stabilisiert. Und dazu kommt natürlich auch die Grünflächen, die Begrünung von Höfen, die sozialen Einrichtungen, soziale Netzwerke, die im Rahmen der Sanierung geschaffen worden sind, so dass hier eigentlich ein Gegenpol vielleicht zu Neubaugebieten geschaffen wurde, sondern dass man wirklich in dem alten, angesiedelten Gebiet wieder gut leben kann. Für den Abschluss der Westendsanierung hat der MGS-Aufsichtsrat jetzt noch mal knapp 20 Millionen Euro für die letzten vier Projekte bewilligt. Allerdings, diese Sanierungstätigkeiten sind nur möglich durch den zusätzlichen Einsatz der sogenannten Städtebauförderungsmittel. Das heißt, als Bund und Land haben hier die Kommune die Stadt München kräftig unterstützt. Die Stadt München hat natürlich auch einen erheblichen Beitrag geleistet. Und vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um die Kürzung der Städtebauförderungsmittel hoffen wir natürlich, dass dieser Gestaltungsspielraum, diese Gestaltungsmöglichkeit für die Kommunen in ganz Deutschland, natürlich auch für die Stadt München weiterhin unverändert im Volumen erhalten bleiben wird. Im Herbst 2013 wird die MGS-Sanierung Westend mit der Fertigstellung von vier Projekten abgeschlossen sein.